Schönen guten Tag! Ich stehe hier im sogenannten Auswahlraum. Das ist das Allerheiligste für Pianisten aus der ganzen Welt. Kommen Sie hier in die Firma Stein & Sons Hamburg, die die ganze Welt aus den USA mit Flügeln beliefert. Und das hat seinen guten Grund, denn dieses Instrument besteht aus 120.000 Einzelteilen, ist zu 80 Prozent in Handarbeit gemacht. Und dies, was Sie hier sehen, ist der größte Flügel, der in den meisten Konzerthallen der Welt steht, der sogenannte D274, für schlappe 150.000 Euro. Was ist das Geheimnis des Stein & Sons? Ich will versuchen, ein kurzes Beispiel dafür zu geben, weshalb dieser Flügel so unvergleichlich klingt. Er klingt brillant, weil er für die größten Konzertsäle dieser Welt gemacht ist und auch die Leute in der letzten Reihe noch hören müssen, wollen, was gemeint ist. Tchaikovsky Klavierkonzert. Er kann aber auch ganz ruhig sein. Und er kann lieblich sein. Das bedeutet, der Steinway kann alles. Dankeschön. Super. Ja? Super. Toll.